Ich habe gesündet, Mann. Ich habe gesündet. Wieder einen ganzen Teller Obst verspeist. Ich habe heute gesündet. Yo, Salvi, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für das Geschenk-Abo. Vielen, vielen Dank. Vergesst eure Kompressionsstrümpfe nicht, Leute. Ey, ohne Scheiß. Das Beste, also, falls ihr... Ich habe das heute leider nämlich auch nicht gemacht. Ich habe es wieder vergessen, tatsächlich. Ich habe für längere Streams... Habe ich tatsächlich so Thrombose-Strümpfe. Die habe ich zum Beispiel auch bei dem 24-Stunden-Stream angehabt. Und die Dinger sind halt wirklich, wirklich hervorragend. Das ist also, wenn du dann gerade so drei, vier Stunden am Stück mal so sitzen solltest oder so, wenn ich auch zwischendurch vergesse, irgendwie aufzustehen und die Position zu wechseln, dann ist das so hervorragend. Also kann ich wirklich... Also Kompressionsstrümpfe auch eine sehr gute Investition. Gar nicht mal so als Gag. Björn ist zu feige, ist Natur-Sekt-Pause zu nennen. Ich muss um 22 Uhr ins Bett und um 4 Uhr aufstehen. Oh mein Gott, das tut mir leid. Das tut mir leid. Ne, das wird vorher leider nicht passieren. Aber du kannst ja einfach gerne den Stream-Archive-Kanal auf YouTube, Speckobst-Stream-Archive-Kanal, den kannst du gerne abonnieren. Da werden auch die ganzen Sachen immer so ein paar Tage später hochgeladen. Ich glaube, ich bin mittlerweile bei einem Rhythmus, wo die Videos so eine Woche später rauskommen, einfach weil ich so einen riesigen Backlog habe und ich nicht mehr als zwei am Tag da irgendwie drauf rausbringen will. Und ich meine, allein von heute haben wir jetzt wieder irgendwie so drei oder vier dann... Ja, wahrscheinlich, wenn wir das nachher noch gucken, dann haben wir wieder fünf Uploads wieder für zweieinhalb Tage. Strumpf-Cam, ja. So, lass mal kurz gucken. Sound scheint eigentlich von der Lautstärke ganz gut zu sein, ne? Pamela, das P steht für PNG. Oder das, andersrum wäre besser gewesen. PNG steht für Pamela. VIP, press the Start-Button. War ein Promo-Code für Kompressionsstrümpfe. Weißer, lass mich mal, ich will noch footage, dann kann ich noch footage aufnehmen. Das merke ich nämlich immer. Das merke ich immer, die, wenn ich zu den Trash-Tuesday-Sachen eigene Videos mache, es eignet, die Sachen, die am besten funktionieren, sind solche zu Lizenztiteln. Wenn das irgendeine Lizenz dann ist, weil dann Leute nicht einfach nur, die das Spiel kennen, darauf stoßen, sondern halt Leute, die die Lizenz kennen. Nein, ich habe keine Pizza bestellt! Demo. Ich habe übrigens keine Ahnung, was dieses Spiel ist. Ich habe es nur auf diversen Listen der schlechtesten PlayStation-Spiele gefunden. Und es ist ein Ubisoft-Lizenz-Spiel von 2001. Also, was erwartet ihr? Let's go! Das sieht aus, als hättest du irgendwie, als ob du irgendwie Jim Carrey mit einer AI generiert hättest oder so. Wie schnell das Auto in der einen Sequenz war und wie langsam das in der nächsten war. Oh, direkt bitte fang an mit einer Fahrsequenz. Fang an mit einer Fahrsequenz. Ich hoffe, das ist einfach jetzt so eine Minispiel-Sammlung. Einfach so Disaster-Crisis. Oh boy, was ist mit der Musik? What? Follow the instructions and press the corresponding buttons. Oh, Shenmue, baby! Ich war zu schnell eben. Das ist einfach legit Shenmue! Oh, Yu Suzuki! Counter! Sag mal jemand Eyepatch-Wolf Bescheid. Ich habe das wahre Shenmue 3 gefunden. Oh, you get Pamela'd. Oh, darf ich jetzt schießen? Press the directional buttons to move the cursor and X to fire. Okay. Kann ich auch, okay. Ich kann auch mit dem DG-Croits schießen. Kann ich Headshots machen? Ich kann Headshots machen. Das ist wie Time-Crisis. Das ist wie Time-Crisis, Leute. Das ist eins zu eins wie Time-Crisis. Steuert sich auch genauso gut wie ein Lightgun-Spiel. Ich liebe einfach die Auflösung der Figuren. Die sehen aus, als wären so Charaktere irgendwie aus. Hier, Gott. Warum fällt mir der scheiß Name nicht ein? Oh, Björn. Du wärst so lustig, wenn dein Kopf nicht so blöd wäre. Hier, Kentucky Route Zero. Das ist es. Oh, jetzt hab ich's versaut. Oh, das ist Sword and Sorcery, das Ding. Nee, hier. Nee, Sword and Sorcery Brothers. Dieses... Ist das Sword and Sorcery EP? Keine Ahnung. Das ist das Problem, wenn du ein visuelles Gedächtnis hast. Aber nicht gut da drin bist, dir Wörter zu merken. Komm her. Oh, das ist ein amerikanisches Spiel. Das wird direkt erstmal auf Minderheiten geschossen. Oh, amerikanischer Polizistensimulator. Weißt du, eigentlich bin ich gerade bei so einem 7-Eleven. Und das sind einfach nur so ganz normale Leute aus der Nachbarschaft. Aber die stellt sich das sofort... Nein, die waren alle bewaffnet. Die waren alle bewaffnet und wollten auf mich schießen. Oh, fuck yeah. Energy up. Leute, das ist das beste Spiel. Energy up. Ich habe halt nur kein Gefühl dafür, wann die Gegner irgendwie schießen. Man hätte sich aber, glaube ich... Also ich weiß, das ist die PS1. Aber man hätte sich doch mal ein bisschen mehr Mühe geben können, den Arsch zu modellieren, oder? Weißt du, das muss jetzt halt kein Piano 3 oder so sein, aber schon ein bisschen mehr. So ein bisschen mehr hätte es schon sein können. Ich mag, wie sie zurückhaltend sind mit dem Szenario. Ich finde wirklich gut, dass sie genau wissen, wie lange das gehen muss. Das haben die definitiv richtig... Ich gehe in die Mansion und du gehst nach Hause. Alles klar. Ich fahr wieder zurück. Oh, das sind jetzt drei Tasten. Oh, fuck. Haia! Wie wäre es mir einfach mal... Oh ja, auf den Fuß getreten. Ja, definitiv eine Counter-Strike, Geisel. Seht ihr, ich kann auch Gaming-Witze machen. Zabam! Boah, das wird zum Glück nie alt. Die Lauf-Animation. Na, bist du dir sicher, dass du in hochrangigen Schuhen richtig laufen kannst? Ey, Chef, darf ich auch angreifen? Nein, warte, bis es dein Zug ist. An sich ist das Turn-Based. An sich ist das ein Turn-Based-Spiel. So, erst agiere ich und dann... Aber zumindest, wenn ich verkacke, dann kommen die Gegner erst. Sag mal, Leute, sag mal bitte Siad Bescheid, dass Shifu einpacken kann. Weißt du, der soll mal den richtigen Goat spielen. Weil ich weiß nicht, ob das im aktuellen DLC mit dabei ist. Aber ich glaube, selbst mit dem... Mit den ganzen DLC-Kostümen kann ich Leuten nicht mit Handtaschen verprügeln in Shifu. Und ich glaube, meine Figur kann auch keine hochrangigen Schuhe und ein Kleid tragen. Ich weiß ja nicht, ob ich das so empowering finde. Meint ihr, Hideki Kami hat das Ding gespielt und wurde dafür für Bayonetta inspiriert? Das ist ja ungefähr zeitgleich... Das ist ja ungefähr zeitgleich mit DMC rausgekommen. Und das war dann so... Das hat er dann danach gespielt. Und dann so, nein! Oh, ich hätte Dante eine Frau machen sollen! Karen Wick! Keep on pressing X as quickly as you can! Oh! Was denn? Ich hab... Oh, kann da draußen bitte jemand eine GIF machen? Kann da draußen bitte jemand eine GIF machen? Oh, das ist ja fast so gut wie diese Yakuza-GIF. Ich hab keine Ahnung, wie lang dieses Spiel ist. Vielleicht hol ich einen neuen Speedrun-Weltrekord. Oh, sau! Ich hatte gerade auch wieder aus Versehen drauf gewechselt. Bye, Bitch! Bim 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 bim. Ich liebe auch, wie sie den Soundchip der PlayStation vollkommen ausgereizt haben. Mehr ging damals einfach nicht. Eat your heart out, Uematsu! einfach trotzdem mega drive soundtrack drauf gemacht auf der playstation das ist okay ich muss aber sagen ich liebe wie dieses spiel aussieht das is my favorite turn based game final fantasy 16 won't be turn based but it will be based leute alter 40er combo schaut es euch an alter schon über 200.000 punkte was ich auch geil finde ist dass die hintergründe aussehen wie aus einem point and click adventure von 2000 das wäre auch normalerweise normalerweise würde so eine serie auch zu einem point and click adventure werden und vielleicht hat das auch so angefangen und irgendjemand ist einfach so ein studio reingekommen und dann so nein stop it okay wir haben diese ganzen charakter modelle hintergründe schon gemacht okay wir machen jetzt ein richtiges funky leute pass mal auf ich habe schon gespielt okay wir machen jetzt ein richtiges spiel draus die wollten unscheiß die wollten garantierten point and click adventure machen und einer von denen einer von den higher ups der war einfach sega fan der hat einfach seinen letzten urlaub in so einer sega arcadehalle verbracht und hat da die ganze zeit so time crisis und so gespielt max combo 69 counter 2 total points all of them ich glaube das dauert ein bisschen wenn ich die so wenn ich die so irgendwie ranlachsen muss hab ich mit absicht gemacht leute kommt jetzt kid rock und erzählt uns was über die woken liberals das spiel hat keinen how long to beat eintrag das ist aber sehr schade dann müssen wir es wohl gerade herausfinden der world record liegt bei einer stunde zwei ist das wirklich so lang aber okay du kannst du kannst das ja stimmt du kannst ja diese ganzen das ist ja wie ein auto scroller fast so wie geht es euch wollen wir in der zwischenzeit noch in games und ein video gucken bis die punkte fertig sind soll ich den level mal kurz machen soll ich den gleich normal machen was passiert wenn du x drückst das würde ich jetzt das möchte ich gerade ungern herausfinden das sind das ist das sünden konto von diesem spiel das sind das sind die ganzen sünden die ich gezählt habe ja noch einen süßen Resident Evil 4 playthrough zwischendurch ich bin einfach zu gut für speedruns von dem spiel ich liebe einfach wie langsam das wirkt haben die damit gerechnet dass man haben die das so für so unmöglich gehalten dass du so viele punkte bekommst dass das deswegen so langsam hoch zählt ich liebe auch den ganzen bildschirm der halt wirklich so graphic design is my passion wie lang noch ich weiß auf jeden fall dass ich also das müsste glaube ich langsam aufhören oder oh siehst du da ist nochmal die 69 drin gewesen nice genau in der mitte da wo sie sein soll wie b ich glaube ich muss mehr headshots verteilen das ist es ich weiß auch nicht wie du irgendwie counter machen sollst oh Pamela bereit zum stuhlen special safe game was ist denn special photo oh would you like to buy this photo oh yeah oh yeah weißt du für sowas für sowas da musstest du damals einen halben abend wach bleiben damit du es mit deinem 64k modem runterladen äh mit deinem 56k modem irgendwie runterladen konntest ich liebe wie ich die pixel einzeln zählen kann hervorragend was haben wir denn für movies ist das einfach nur das intro oder ist das ein richtiger eigener film das ist einfach nur die intro cutscene holololol ich dachte das wären schon szenen aus der serie oh das ist wenn ich auf dem traditionellen japanischen klo bin ich bin mal gespannt ob es noch ein ob es noch ein viertes mini spiel gibt es ist counter vielleicht wenn du wenn du es wenn du zu lange wartest oder es ist wenn du zu wenn du schnell genug machst warte ich versuche mal ne es macht kein unter also die punkte die punkte zahl ist es rein nur der der combo counter ja ich glaube du musst genau für den konter für den konter musst du warten aber meine combo ist leider am arsch gewesen für den counter musst du warten aber es ist halt sehr schwer zu sehen wann die halt angreifen alle auf mich drauf ja ich muss ich muss ich muss es quasi quasi wird so erahnen noch mal es ist auch keine das zählt auch nicht als keine ahnung wenn der dann weit dann weiß es nicht wie man den wie man den konter macht also ich glaube aber vielleicht ist es auch nicht bei jeder vielleicht kann es auch nicht bei jedem angriff machen vielleicht geht das nur bei bestimmten sachen ich weiß leute ich versuche hier wieder ich versuche hier irgendwie vip auf der playstation 1 zu maximieren und das in das scoring system zu durchschauen aber mal ganz im ernst wenn das was wenn das das ganze spiel ist da bleibt auch nichts anderes übrig aber jetzt habe ich es eigentlich auch so schnell gemacht vielleicht bleibe ich einfach dabei so schnell so schnell wie es geht lol das war zu schnell du darfst das du darfst das nicht zu schnell eingeben wenn du zu schnell bist dann dann kriegt das dann ist die detection nicht korrekt ich darf einfach nicht in lucky luke modus rein gehen ich muss mich noch ein bisschen zurückhalten ich muss noch meine fünf kilo armgewichte noch anziehen die laufen das ist wirklich so als ob die da gerade noch irgendwas als als ob da schon das köpfchen rausguckt so läuft die gerade das spiel hat raytracing ich würde einfach legit weißt du wenn ich ein spiel mache wenn ich ein spiel machen dann gibt es einfach einen charakter der heißt raytracing und dann kann ich nämlich offiziell in meine pressemitteilung reinschreiben dass mein dass mein spiel raytracing hat dass den joke noch keiner gemacht hat das wundert mich wirklich und dann will ich dass es ein digital foundry video dazu gibt wir haben uns heute extra dieses spiel angesehen weil es hieß dass es und dann gibt es noch dann gibt es auch noch den charakter den charakter obwohl micro ist halt das gute bei raytracing ist halt dass es ray als namen gibt aber es gibt halt nicht den namen micro ich könnte halt höchstens ich könnte halt einen charakter reinbauen der heißt mirkostatter einfach nur einfach nur ein spiel spiel machen um digital foundry zu einfach nur so gags einbauen die nur dazu da sind digital foundry zu treuen aber aus liebe halt ich glaube alex ich glaube alex würde das lustig finden ich glaube alex würde das lustig wenn ich dann charakter einbauen der heißen mirkostatter so leute also jetzt gleich und jetzt aber schluss jetzt kein gegner mehr es tut mir leid es tut mir leid ich hatte wieder versucht genau den den level mit 69 zu beenden kommt noch mal was dürfen auch noch mal schießen oder ist das budget dafür ausgegangen ist der ist der ganze level einfach das ich liebe wie der diamant in ihren arsch geflogen ist ein ein modus mit 35 fps ich hab doch die richtige ok irgendwas stimmt teilweise nicht ganz ich glaube es gibt halt leider keinen how long to be eintrag weil ich glaube die meisten leute dieses ding so zehn minuten spielen und dann ok ich hab's ich glaube ich habe alles gesehen so wenn die aber die abwechslung halt mehr drin wäre weißt du wenn es halt wirklich so weil so hohl wie das ist wenn du es zu mit oder halt mehr von den weißt du die schusssequenzen da das ist das ist halt auch time crisis verarme aber es ist eben immer noch immer noch so ein bisschen mehr interaktion als das hier ich habe wirklich das gefühl ich spiele gerade das ende von shenmoo 2 also zumindest bevor du nach bevor du die die reise zum dorf antritt das ist zwei stunden lang holy shit zwei stunden nur das ihr leute ich hoffe ihr habt euch zeit mitgenommen heute ding 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 und nochmal oh vier tasten holy shit meines wird auch gleich noch eine fünfer kombo meint ihr das trauen dir sich meint ihr so viel konnte man von spielern damals abverlangen 2001 fünf tasten hintereinander zu drücken nice ihr rank ist b das ist der höchste rang denn b steht für bemmeler one finger death punch aber ich meine one finger death punch wird halt nach einer zeit auch extrem extrem stupide alter mein komischer meine komischen mein muscle memory wollte einfach auf auf r2 schießen gerade das ist was war das was war was war das erste spiel was äh schießen tatsächlich auf den triggern hatte weil die sache ist ja dass es ja früher einfach immer so geschossen wurde eben auf dem action button also du hast eben gezielt auf dem äh so auf den auf den schultertasten vielleicht aber aber geschossen selber wurde eigentlich immer auf den action buttons naja auf den face buttons gerade so x x ist so der x ist so der action button und die schultertasten die waren weniger so action buttons vielleicht auch weil du so früher weil du früher halt kaum welche hattest so weil in der in der phase halt so dass das spieldesign halt immer noch immer noch hauptsächlich von eben 2d titeln beeinflusst war oder beziehungsweise von äh den alten controllern und halt playstation ja auch das erste war was äh das waren ja die ersten die halt 4 schultertasten hatten und da wussten glaube ich die ganzen leute einfach nicht wie wir mit so was 2 extra buttons obendrauf what was soll man denn so leute waren es noch nicht gewohnt irgendwie die die finger wirklich da oben für zu lassen ich weiß es nicht weil heute ist es ja standard einfach ne l2 r2 dafür manche ich hab irgendwie hier evil within auf der auf der ps3 macht das noch mit ähm hat dann l1 und r und äh ne äh l1 und r1 fürs schießen und äh fürs zielen und schießen wo ich auch immer so ein bisschen durcheinander komme ich find's auf jeden fall auch gut wie äh wie die musik auch total abwechslungsreich ist wie wir die ganze zeit unterschiedliche songs hören weißt du da musste man da musste konnte man sich auch ein bisschen das geld sparen da musstest du kein 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 album veröffentlichen zum spiel der hat einfach eine single gereicht da war einfach der komplette soundtrack drauf einfach so ne vierer so ne na leute schaffen wir die millionen noch 10 millionen heute für pamela du musst für pamela oh der final der final boss hbo max man kann nicht gegen seth rogan antreten nein komm raus du mit deinem kack fetisch oh i just came out of the closet ich liebe auch wie groß das haus war und wie viele leute da drin waren ja so viele wie leon spanier getötet hat ich dachte grad der wäre mit dem raketenwerfer da oben drauf jetzt müssen wir uns in einer sequenz vor den werfen was what oh gott this is some jojo shit oh oh mein Oh, meins. Hier, der berechnet das sogar mit Bullet Drop. Ich krieg ein anderes Bild, wenn es A-Rang ist. Oh, ist der höchste P-Rang? Ist das wie Pizza Tower? Wenn ich alles in einer Combo mache, krieg ich einen P-Rang. Wie eng sollen die ganzen Klamotten auf den Körpern anliegen? Ja. Ich finde es aber auch gut, dass Claire Redfield auch in dem VIP-Spiel drin war. Musstest du... Nein, nein, ich war Pamela. Ich bin ausgewichen. Ich bin ausgewichen. Das waren meine Ausweich-Moves. Jetzt kommt Stealth-Game. Ich hab doch... Sollte ich nicht drücken? Okay. War das zu früh? Das ist wieder... Verstecken wir uns vor der Minderheit. Da ist ein Kunde an der Tür. Oh, er ist nicht weiß. Naja, wir tun einfach so, als wäre keiner da. Ich hab... Ohne Scheiß. Ich hab die... Ich hab die... Ich hab die Taste gedrückt. Ich weiß nicht, was das... Was das Spiel von mir will. Ich glaub, du musst das so schnell machen. Du musst das quasi instant drücken. Obwohl der Typ sechs Jahre braucht, um zurückzugehen. Alter, du hättest auch... Du hättest auch von... Direkt von der... Von dem Blumentopf nach rechts gehen können. Und jetzt hast du... Jetzt boxt du die eh um. Ich liebe, wie sich die ganzen Sequenzen auch so unterschiedlich spielen. Die Sniper-Ausweich-Sequenz, die Kampf-Sequenz und die Stealth-Sequenz sind... Alle spielerisch so unterschiedlich. Das ist einfach... Ich hab nach unten gedrückt. Ich hab legit nach unten gedrückt, als das noch zu sehen war. Aber egal. Hier krieg ich leider garantiert keinen A-Rang. Ich glaub, man sieht dich hinter dem Baum noch. Also, du musst... Du musst wissen, in welche Richtung du vorher drückst. Du musst das wissen, in welche Richtung du vorher drücken musst. Weil sobald du das siehst und drückst, dann ist es schon... Wenn du halt so eine halbe Sekunde brauchst, um zu erkennen, in welche Richtung das geht. Wahrscheinlich links, oder? Wahrscheinlich links, ja. Genau. Und wieder links. Man hätte ja auch mal zwei auf einmal gehen können, oder so, ne? Aber ich mag, dass es mal eine andere Musik ist. Alter, wirklich. Ich liebe, wie sie davor steht. Einfach Titz-Maggie so an der Wand. Oh, jetzt seh ich nicht mal, wie ich ihn verprügel. Extra reingelaufen, Geräusch gemacht, nur um ihn zu verhauen. Clever, Schwester. Uh. Ist es jetzt wieder runter, oder ist es links? Ich glaube, es ist links, oder? Oder runter an den Baum? Ist es links zur Säule, oder runter an den Baum? Na ja, es ist links, links an den Baum. Oh, clever. Du einfach komplett abwarten musst, dass der wieder hin und zurück geht. Du, du könntest einfach weiter gehen. Einfach weiter, bitte einfach, geh einfach weiter. Geh einfach weiter. Nein, ich muss jetzt noch warten. Ich muss jetzt noch warten, bis der Typ wieder hin und dann wieder zurück geht. Und dann kannst du es auch nur während der ersten drei Frames machen. Oh, scheiße. Ich habe gedacht, das würde links... Ich war halt so sicher, dass das nach links geht. Weil, wo soll ich denn noch bitte nach oben gehen? Mich hochziehen? So einen Doppelsprung? Natürlich, du gehst einfach in den Busch rein. Of course. Why not? Ja, hock dich hin. Da bist du viel flacher. F***ing Froschgesicht. Beste Stealth-Mission ever. Red Claire... Ja, Claire Refuge hat es geschafft. Ja, alles Will Smith-Klone. Ja, das war auch mein erster Gedanke. Die ganzen Bad Boys. Oh mein Gott, was ist das? To fit the red wave? Wait. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ihr habt keine Ahnung, wie awkward sich das spielt. Okay, okay, okay. Okay, und jetzt machen wir nochmal... Jetzt waren wir wieder, wo wir vorher sind. Okay, alles klar, ja. Oh mein Gott. Ich hab bei den anderen teilweise gar nicht gesehen, wo ich hin muss. Okay. Alter, was ist... Da will ich ja wirklich das Batman-Hacking wieder zurück. Können wir das Ganze... Ja, ich hab die alle. Ja, ja, die hab ich alle richtig. Die hab ich alle richtig. Ich glaub, bei dem muss ich einen runter und dann muss ich einen hoch und dann wieder einen runter, oder? Weil ich glaub, nee, der dritte ist richtig. Okay, der jetzt einen runter. Der jetzt einen hoch. Der einen hoch. Der einen runter. Und der einen hoch. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ein bisschen accomplished. Aber wenigstens mal was anderes. Was ist die Lore-Erklärung für dieses Minispiel? Äh, dafür müsst du Gamesunden fragen. Ich glaube... Ich weiß ja nicht... Keine Ahnung, ob in der Welt von VIP-Headsets anders funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass er deinen Kopfnicken hören konnte. Oh, einfach den Leon-Kick gemacht. Oh mein Gott. Das Auto gehört zu dem Hintergrund hinzu. Die sind nicht voneinander getrennt. Das heißt, das Charaktermodell liegt dann teilweise vor dem Auto. Oh, das ist perfekt. Das ist grandios. Einfach mit dem... Einfach mit den... Mit den Force-Angriffen hier. Deswegen sind das auch vorgerenterte Hintergründe. Nicht, weil es früher... Nein. Ich habe das ganz falsch verstanden. Das sollte... Das sollte kein Point-and-Click-Adventure sein. Das ist ein Resident-Evil-Spin-Off. Mit Claire. Deswegen. Deswegen die Hintergründe. Und die... Und die... Die Ressort... Das ist eigentlich ein Survival-Horrorspiel. Aber nur die Ressource ist nicht Munition. Sondern einfach die Anzahl meiner Gehirnzellen. Und ich muss schaffen, das Spiel rechtzeitig durchzuspielen. Bevor ich keine Gehirnzellen mehr habe. VIP ist mein liebstes Beat'em-Up. Weißt du, die hätten einfach Yakuza in das machen... In das verwandeln sollen. Ohne Scheiß. Weißt du, so frei rumgehen... Kombos aussuchen. Das ist doch anstrengend. Einfach... Einfach malen nach Zahlen machen. Einfach wie so ein Malbuch. Halt nur mit Kombo-Angriffen. Ne, lass den... Lass den Playstation-Controller mein Wachsmalstift sein. Und schön immer innerhalb den Rändern bleiben. Dann passt das auch mit der Kombo. Na Leute, was gab's bei euch heute Abend zu essen? Ah, der ist durch das Geländer gefallen. Oh, ich war leider... Ich war zu sehr davon abgelenkt, wie der Mann hervorragend durchs Geländer gefallen ist. Ich krieg grad echt Bock, Man Black zu gucken. Weißt du? Weißt du, wenn ich die ganze Zeit... Wenn ich die ganze Zeit Will Smith in nem schwarzen Anzug und Sonnenbrille sehe, dann krieg ich einfach Bock, Man Black zu gucken. Ist der auf Netflix oder Amazon Prime? Ich mein das ernst. Ich mein das ernst. Wenn der irgendwo... Wenn der irgendwo läuft, dann schmeiß ich den, glaub ich, nachher beim Editieren irgendwie noch nebenher an auf dem Zweitmonitor. Hat er noch kein Abendessen? Oh, Bombe. Wird aber mal Zeit dafür. Und Ass-Rahm-Soße? Mmh, ich liebe Ass-Rahm-Soße. Die Rahm-Soße mit Nudeln und Döner? Das klingt so, als ob Döner die Beilage wäre. Oder in der Soße. Das ist ein Gamer. Die denken noch niemals, ins Gym reinzugehen. Oh mein Gott, das ist Grease. John Travolta. Das ist echt Jim Carrey the Mask, aber einfach nur weiß gemalt, dann wieder. So, er hat die Maske an, ist aber weiß und nicht grün. Döner war die Beilage, geil. Als ob der straight mit dir sein kann. Der ist doch gerade eben aus der Closet gekommen. Bei mir gab's Chicken Nuggets und Kroketten. Geil. Oh, jetzt gibt's Duo-Action. Einmal gegen den Tar kämpfen. Das sind BP-Mitarbeiter, wenn sie wieder den Regenwald verprügeln. Oh, Global Warming geht mir nicht schnell genug. Meint ihr, David Cage hat an dem Spiel gearbeitet? Ne, ist ja Ubisoft. Könnte theoretisch aus Frankreich sein, das Spiel. So, gerade mit dem Charakter hier merke ich gerade so ein paar Gemeinsamkeiten mit Fahnen halt. Alter, dieses Bild oben, das sieht so nach Plastik aus. Das wirkt, als wäre der Typ ein Lazy-Town-Charakter. Oh, kennt man ja. Fällt einfach Vin Diesel aus dem Baum. Not for long. Einfach die in die Waffe zücken. Passt schon. Mein Ziel erfüllen oder Minderheiten abschließen. Ich weiß es nicht. Dieses Spiel würde Chris Redfield gefallen. Oh. Das ist ein komisches, das ist ein komisches Riddick-Sequel. Alter, was ist das für ein Clowns-Car da hinten? Wo kommen die ganzen Leute her? Alter, einfach die Doktor-Hu-Limousine da hinten. Komm, zeigt dein Gesicht, der mich wieder reinschießen kann. Alter, wie der einfach auf mich gefeuert hat. Vor allem, ich kann nicht in Deckung gehen. Das will ich einfach nochmal, das will ich einfach nochmal sagen. Ich selber kann nicht in Deckung gehen. Das macht der Charakter automatisch. Boah, einfach nicht getroffen. Komm her. Oh, wieder nur B-Rang. Ja, zum Glück habe ich das nicht im Februar gespielt. Ja, schönen Abend noch. Wie gesagt, die GameStar-Reaction, die mache ich dann später. Die kommt dann auf dem Stream Archive-Kanal. Ja, das ist so ein TARDIS als Auto. Weißt du, wenn der Doktor dich beleidigt, ist das dann ein TARDIS. Danke, Leute. Ich bin die ganze Woche hier. Obwohl, nee, eigentlich nur noch morgen. Ich gehe am Wochenende. Ich gehe am Wochenende mit Benni fremd. Das Gute ist, dass sein Sohn, glaube ich, dann noch nicht mal ein Jahr alt ist. Das heißt, ich kann dann trotzdem das Kind beleidigen, ohne dass es das mitbekommt. Noch geht das. Noch muss ich mich vor einem Kind nicht zurückhalten. Noch darf ich die ganze Zeit fluchen. Weißt du, nicht, dass irgendwie nachher das erste Wort von Bennis Sohn oder so Pimmelnase ist oder so. Oh, ich glaube, er sagt gerade sein erstes Wort. Ficknase. Ich dürfte auch kein Papagei oder so haben. Mein Papagei würde nur irgendwelche Fluchworte lernen. So automatisch. Wie alt bist du? Sechs. Ich muss aber sagen, die holen aus den Locations schon viel raus. Oh, die Kicks teilweise sind echt super. Ah, scheiße. Ja, hat mich leicht verdrückt. Weißt du, wenn du mit dem Daumen von X auf Dreieck so schnell wechseln willst und dann irgendwie doch auf Kreis aus Versehen so zuerst kommst. Kennen wir ja alle. Oh, zack, yeah. Also alle Fans von Ink Ribbon Radio, ganz besonders die Steady-Unterstützer, die dürfen sich auf jeden Fall freuen. Die dürfen sich auf jeden Fall freuen auf eine zweite Ausgabe Benni und Björn saufen Biere. Diesmal werden wir uns, vielleicht werden wir uns nicht extra in den Biergarten oder so reinsetzen, aber wir hatten eben schon überlegt, wir könnten uns einfach bei Benni zu Hause betrinken. Aber ich glaube, wir wollen die Aufnahme wieder irgendwo in einem, irgendwo in einem Etablissement oder so aufnehmen, damit dann auch wieder Leute vorbeikommen und uns blöd angucken, wenn wir auf einmal die ganzen Mikros auspacken. Das war sehr lustig, wie uns die ganzen Leute im Biergarten angesehen haben, als wir auf einmal die Mikros und das ganze Audio-Equipment ausgepackt haben und haben da auf einmal Podcasts aufgenommen. Oh, fuck you. Oh, wir könnten eigentlich direkt, wir könnten eigentlich direkt passend jetzt Resident Evil 5 eigentlich mal im Koop spielen. Uh. Wir wollten auf jeden Fall, wir wollten auf jeden Fall die ganzen Lightgun-Games durchmachen. Wir wollten auf jeden Fall mal die, vor allem die beiden, die, die ganzen Sachen auf der Wii. Ich glaube nur, Benni hatte leider keinen Röhrenfernseher und meiner hat halt leider einen, der hat halt leider so ein starkes Fiepen, dass du den wirklich nicht lange anhaben kannst. Weil ansonsten hätte ich halt wirklich mein, mein Light, also mein richtiges Lightgun-Setup eben mitbringen können. Weil das wäre halt auch geil gewesen. Weißt du, so den ganzen Abend so Time Crisis 2 und 3 durchballern, Point Blank. Uh, das wäre geil gewesen. Ja, Baby. Ich glaube keiner, also ich glaube, er hat auch nicht die, ähm, die aktuellen Lightguns für, äh, für LCD-Bildschirme. Hätte ich auch gerne eine von, aber die sind halt so unfassbar teuer und ich habe eigentlich alles für das Setup. Ich brauche halt nur wieder einen neuen Röhrenfernseher. Weil ich habe die, ich habe die ganzen Spiele hier, ich habe die Lightguns hier. Ich habe die passenden Kabel dafür. Ich brauche halt nur wieder, nur wieder einen neuen Fernseher. Oh, wieder das Gleiche. Oh, fünf Tasten, jetzt geht's ab. Oh, da muss er wirklich schnell sein. Gott, jetzt muss ich Skill beweisen. Jetzt ist der Kindergarten hier vorbei. Naja, okay. Hätte sollen sein. Oh, hinter das Auto. Alter, wie viele Zwillinge sind aus dieser einen Frau rausgekommen, bitteschön. Ui, sch. Vielleicht ist es auch einfach nur ihr Fete. Weißt du, gibt es genügend Leute, die glaube ich, vor allem damals, einfach sich gerne von Pamela Anderson verprügen lassen wollten. Das sah einfach ihr normaler Alltag aus. Weißt du, wie es einfach nur irgendwie so, ne, die wollt ihr einfach sich irgendwie so einen Frozen-Yoghurt holen und auf einmal kommen die ganzen Fans an. Oh, schlag mir ins Gesicht. Oh, tritt mir die Nüsse. Ja, bitte. Na gut. Für die Fans. Ne, dann brauche ich auch nachher nicht ins Gym gehen. Dann habe ich meine Cardio für heute schon erledigt. Win-win. Da sind wahrscheinlich einfach so zehn Backsteine drin oder so. Zehn Backsteine oder ein Stück Nutellakuchen. Nicht Nutella, äh, Kinderschokoladentorte. Wirklich, das, das, das schwerste, das schwerste Objekt auf diesem Planeten ist Kinderschokoladentorte. Das ist, ich habe das, ich habe ein Stück, das hatte mal so eine Freundin gemacht, ich habe ein Stück davon gegessen und ich hatte das Gefühl, das, das zerreißt mir einfach gleich den Magen. Das fällt einfach durch mich durch. Das, das, das war wirklich, als, als hättest du einfach, als hättest du einfach irgendwie so ein halbes Haus gegessen. Also, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben wirklich das, das, wirklich das Essen in, in mir drin gespürt. So, normalerweise, du isst es ja einfach und dann ist gut, aber in dem Fall, so, du konntest das wirklich lokalisieren, wo das, wo das in deinem, in deinem Magen war. Das hast du, das hat einfach, so die, die Magenwände einfach so ein bisschen nach unten gedrückt. Das war The Density of a Dying Sun. Haia! 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 Darf ich nochmal Haia machen? Haia! Weißt du, ist aber auch blöd, also, weißt du, ich mache dreimal hintereinander denselben Angriff und der blockt das nicht mal? Block this overhead. Deutsche Tor... Alter, deutsche... Oh Gott, äh. So deutsche Konditorei, generell. Oh, fuck yeah. Ist auch so, oh, Donauwellen. Oh, baby. Nein, er will ins Wasser fliehen und nach Mexiko zu schwimmen. Haltet ihn auf! Also mit den Stöckelschuhen im Sand so schnell rennen zu können. Was ist denn das hier? Ist das der... Seit wann... Seit wann ist denn Detroit am Meer? Was ist denn hier los? Kings of Buckwerk. Zitron... Ich glaube, mein... Es ist zwar super basic... Es ist zwar super basic, aber fucking Zitronenrollen. Alter, eine gute Zitronenrolle. Oh. Oh, Gott. Üh, ah, ah. Aber was absolut mega ist. Das gibt es irgendwie nicht bei jedem. Aber... Weil einer der Edekas, die wir hier haben, die haben noch eine... Die haben irgendwie viel bessere Backwaren als alle anderen Edekas, in denen ich jemals war. Keine Ahnung. Das ist aber schon der innen drin und nicht außerhalb irgendwie einer. Und die haben so einen Blaubeermuffin. Alter. Das ist... Das ist unnormal, wie gut der schmeckt. Das ist... Das ist... Ich habe das Gefühl, ich beiße jedes Mal in eine Wolke, wenn ich den hole. Das ist... Das ist illegal, so gut schmeckt der. Holy shit. Das ist einfach... Ich habe das Gefühl, den musst du nicht festhalten, den musst du runterziehen, so fluffig ist der. Der fliegt einfach nach oben irgendwie ab. Gab's die... Gab's die T-Shirts nicht noch enger? Jetzt wissen wir zumindest, was Andrew Tate 2001 gemacht hat. He's a big bozo no no. Seems like I have to punish you. Your name is open? Microchip Company. They're being featured at a show tomorrow. Microchips? Macabre knows about lead. Microchips? Is this some... Is this Bill Gates? Die Transitions sind super, vor allem ohne Geräusch. Ja, no jiggle physics. Daran erkennt man, dass es kein japanisches Spiel ist. Das hätte... Das hätten Tecmo und Capcom nicht zugelassen. Das wäre gar nicht erst so aus der Tür gekommen. Warte mal, ich speichere mal das Spiel. nicht, dass gleich wieder irgendwas abschmiert. Empty like my soul. Contenance. Tür auf. Tür zu. Bed goes up. Bed goes down. Oh, wer kennt das nicht? Einfach mal mit der... mit der M16 da reinlaufen und sofort angeschossen werden. Ist das ein Flughafen, in dem wir jetzt gerade sind? Kann bitte... Kann bitte jemand den Max Payne-Soundtrack starten? Oh, ich bin Sniper Wolf. Oh, du Kinderficker. Komm her. Mein, der ist halt angezogen wie irgend so ein Priester, ne? Einfach beim Laufen nachladen. Das ist just like Metal Gear. Ich liebe... Ich liebe, wie ich... Wenn ich... Ich beim... Beim zweiten Mal einfach nicht treffen kann. Selbst wenn ich irgendwie genau drüber bin. Das sieht nicht gut aus für mich. Das sieht nicht gut aus für mich und mein Ego. Okay, langsam wird das schneller. Das gefällt mir nicht. Oh, voll ins Gesicht geschossen. Oh, nochmal ins Gesicht geschossen. Oh, nochmal ins Gesicht geschossen. Na? Warum erschießt du dich selber? Was? Alter, ich hab den doch voll getroffen mit dem zweiten Schuss. Was will der eigentlich? Dün, 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 dün. Ja, guck dir das mal an. Ich war doch... Ich war doch auf dem drauf. Vor allem, warum starte ich die Mission eigentlich mit so wenig Lebensenergie? Ja, komm her. Guck dir das mal an. Das ist doch unfair. Mit wie viel Lebensenergie der startet und mit wie viel ich starte. Also ich weiß teilweise nicht, was diese Hitboxen sind. Oh, Alter, das ist... Ja, jetzt... Wirklich? Wie oft durfte ich vorher getroffen werden? Jetzt muss ich den Kampf von vorne anfangen. Aber ich darf nur zweimal getroffen werden, oder wie? Oh! Oh je. Oh je. Oh je. Bitte, bitte so eine Mod machen dafür, dass jedes Mal, wenn ein Charakter getroffen wird, dass er einfach wie so... wie so Luigi. Oh je. Oh je. Charles Mortiné. Komm schon. Komm, du Wichsfresse. Oh! Oh, doch noch gekriegt. Oh je. Oh je. Kann ich nachladen. Oh, jetzt muss er kacken gehen. Angeschossen werden macht so durstig. Die Ursprung von Dark Souls 2. Ja, ich hätte die... Ich glaube, wenn ich die Konsole aber ausmache und eine Woche warte, dann ist einfach nur das Kind, was er im Hinterzimmer noch irgendwie hatte, gestorben. Apropos Child Molester. Apropos Child Molester. Ich war gestern mal wieder in der Kirche. Nein. Ich habe gestern noch mal... Habe ich Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Minority Report geguckt. Immer noch fantastischer Film, muss ich sagen. Immer noch fantastischer Film. Hat so ein paar weirde Steven Spielberg Out-of-Place Slapstick. Nicht so Slapstick, aber so Comedy-Momente. Die irgendwie so in dem Film, finde ich, ein bisschen weird wirken. Aber vor allem, der hat ein paar hervorragende Einschränkungen. Plus ich mag einfach, dass es so eine... Ich bin einfach generell Fan von so Sci-Fi. Also so futuristischen Welten, wo wo sich halt alles immer noch so relativ normal anfühlt. Weißt du, das ist... Ich hasse das immer. Diese ganzen Pseudo... Oh, wir sind sechs Jahre in der Zukunft und alles muss jetzt anders sein. Alles muss futuristisch gemacht werden. So selbst irgendwie über die Straße gehen, muss irgendwie jetzt neu überdacht werden. Weißt du, so zurück in Zukunft 2. Das ist so die absurdeste, lächerlichste Zukunftsvision, die man sich irgendwie vorstellen konnte. Das ist so komplett absurd gewesen. Ich meine, hat dadurch einen eigenen Charme oder so. Aber wenn du halt so ein... So ein Sci-Fi Thriller-Drama irgendwie machen willst, dann finde ich es auf jeden Fall mal passender, wenn du halt so ein paar Neuerungen hast, wo sich das so, ne, mit dieser Augenerkennung und so alles, dann denkst du so, ja, das hat einen praktischen Nutzen. So Surveillance-State und sowas alles, das kann ich mir definitiv vorstellen. Ähm... Die Art und Weise, wie die Autos da drüber fahren, das ist so die eine Variante, wie ich es mir irgendwie vorstellen könnte, wo eben so die, die, die Straßen, auf denen das irgendwie automatisiert ist, ist es halt so zu 100% automatisiert. Vor allem fand ich das, fand ich, fand ich das ganz geil, wie die sich dann irgendwie so drehen und an den Wänden entlangfahren. Aber das meiste, weißt du, Tom Cruise geht da, geht da irgendwie in einen Gap oder so rein, das sieht einfach aus wie ein ganz normaler Gap, außer dass am Anfang ein Display ist, wo man dann über die, die Augen halt der, der, die Person erkannt wird mit dem Namen begrüßt. Geteca muss ich auch nochmal gucken. Geteca muss ich auch nochmal gucken. Es ist, das war doch, der Autor von Geteca ist doch derselbe, ist auch der Autor von, ähm, Truman Show, oder? Oder ist der Director von Truman Show? Ich bin nicht mehr sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob der außerhalb davon irgendwie noch gute Sachen gemacht hat. Ich weiß, dass der, dass der später irgendwie eines von den Stephanie-Meyers-Dingern verfilmt hat, was so grauenhaft war, weil es halt Stephanie-Meyers war. Ja, aber das Beste, das Beste an Minority Report, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht dieses, ich glaube, zu Zeiten von Minority Report, das war ja 2002, da gab es, glaube ich, das Tom Cruise has to run in every movie meme. Das war noch, glaube ich, nicht so gefestigt, weil, holy shit, holy shit, der Film arbeitet das extra in den Plot ein. Es gibt extra Plot-Elemente. So nicht einfach so Action-Szenen, sondern wirklich Teile vom Plot basieren darauf, dass Tom Cruise Charakter läuft. Du hast sogar später eine Sequenz, wo es dann irgendwie so, oh, ich sehe die alternative Zukunft von deinem toten Sohn und, oh, he's, he's a runner, just like his father. Oh, and he's watching, oh, he's watching you, watch him run. Extra in den Plot eingebaut, damit der Sohn, damit dein fiktiver, toter Sohn sagen kann, wie gut Tom Cruise und läuft. Oh, das ist so geil. Das ist so geil. Oh, selber Autor wie Truman Show. Oh, der hat auch Lord of War gemacht. Lord of War ist auch super. Lord of War, einer der besten Nicolas Cage-Filme. Also so, ernsthaft gut. So, was sind, was sind, was sind, ich liebe, ich liebe, Nicolas Cage-Filme kannst du, kannst du ja so in mehrere Kategorien einen einteilen, aber quasi so die auf der, sagen wir mal in Anführungszeichen ernsthaft, so unironisch gut, die Filme. Da auf, da auf jeden Fall einer der besten Lord of War. Ich glaube, der beste ist halt immer noch Leaving Las Vegas. Ich meine, dafür hat er den Oscar gekriegt, auch zu Recht. Aber Leaving Las Vegas ist halt super. Oder, nee, Adaptation. Oh, jetzt will ich noch mal Adaptation gucken. What took you so long? God, Adaptation ist so geil. Matchstick Man ist auch super, finde ich. Matchstick Man, ich glaube, Family Man geht, das ist einfach, dass er mehrere, mehrere Filme hat mit Man irgendwie. Family Man geht ja schon halt mehr in diese, diese überdrehte, überdrehten Cage-Richtung. Oh Leute, Schiebepuzzle! Schiebepuzzle! Let's go! Easy. Oh, Kanye West, Schiebepuzzle. Oh, John Cena, Schiebepuzzle! Oh Gott! Oh, es ist fantastisch! Oh, fuck! Oh mein Gott, ich liebe es! Oh Gott! Oh, es gibt nichts besseres. Nee, warte. Äh, nee, doch, nee. warte. Wir haben, wir haben es, wir haben es gleich. Ich habe es, ich habe es gleich, ich habe es gleich. Warum sind die alle so breit? Oh. 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 verdammt. Komm schon. Ah, fuck. Oh, Meister. Oh, Björn Meister, der Schiebepuzzle. Oh, let's go. Leute, ich habe euch, ich lüge euch nicht an, wenn ich sage, dass ich Schiebepuzzle mag. Ich lüge euch nicht an, wenn ich sage, dass ich Schiebepuzzle mag. Dafür gibt es auch einen A-Rang. Pick habe ich noch nicht gesehen. Pick habe ich noch nicht gesehen. Ich bin wirklich kein Freund der Coen Brothers. Ich bin wirklich kein Freund der Coen Brothers. Ich glaube, der einzige Coen Brothers Film, den ich wirklich mag, ist Fargo. Ich bin halt echt kein Freund von den Filmen. Ich weiß, das ist eigentlich so Anti-Film-Buff-Stands, aber ja. Inside Loon Davies habe ich nicht gesehen. Ghost Rider, das Beste an Ghost Rider ist, dass Nick Cage extra so gesagt hat, ich habe das Gefühl, mein Charakter sollte aus Champagnergläsern Skittles essen. Und er war einfach so, okay, whatever you say, Mr. Cage. Oh, I got a mash. Oh, I'm mashed so hard. Durch die Tür durch. Ich konnte nicht dagegen halten. Sie war zu stark. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Das ist das beste Spiel. Die ist einfach in dem Moment, in dem Moment, das ist ja so eine Glasscheibe dazwischen, in dem Moment zieht sie sich einfach so das Top aus. Was zum Teufel sind diese Sitze? Und warum ist da ein Gesicht drauf? Gorogoa finde ich ganz okay. Aber das hat weniger mit Schieberätseln zu tun. Also, das ist eine andere Form. Ich fand halt, Gorogoa ist halt mehr Trial and Error. Das ist halt weniger Logik, sondern mehr halt so ausprobieren. Das ist halt mehr so rumprobieren. Und da bin ich nicht wirklich so der Freund von. Ich mag halt eine zentrale Mechanik, mit der ich arbeite. Ich habe eine zentrale Mechanik. Und dann werden mir diese Aufgaben gestellt. Wie jetzt eben beispielsweise The Witness oder Portal oder so. Und bei Gorogoa ist es genauso wie bei so Superliminal, wo einfach jedes Rätsel gefühlt eigene neue Besonderheiten hat. Wo es so, okay, dieses Mal macht das das und dann macht das das. Und dann bist du halt am Rumexperimentieren. Und das Schwierige oder beziehungsweise die Herausforderung ist eigentlich nur rauszufinden, was was macht. Und das eigentliche Rätsellösen ist danach dann halt super trivial und meistens halt nur Arbeit. Und dann bin ich eben auch von dem Visuellen und sowas einfach überhaupt nicht beeindruckt. Deswegen, also ich fand halt weder Superliminal noch Gorogoa besonders beeindruckend. Die Sache ist, Nick Cage kannst du halt nicht zuordnen. Der ist halt alles. Der ist halt das... Nick Cage ist das komplette Alignment Chart. Wenn du so ein Alignment Chart hast, du musst einfach sein Gesicht einmal über jedes Feld drüber kleben. Das ist, du kannst... Für alles kannst du eine Rolle finden. Weißt du, du hast so... Chaotic Good ist halt sowas wie... Wie halt irgendwie Bad Lieutenant. Das ist das Remake. Wie so Chaotic Evil ist irgendwie... Das ist so das... Das Wicker Man Remake. Immer noch eine der besten Szenen. Nicolas Cage in einem Bärenkostüm eine Frau wegboxt. Oh. Oh, ich werfe... Ich dachte, ich schieße. Nein, diesmal muss ich die auch nachladen. Oh, yeah, baby. Evil Within Gameplay. Ich liebe, wie der eine Typ einfach nur durch den Bildschirm durchgelaufen kommt. Wop, wop, wop. Alter, ich habe doch auf deinen Schädeln ein Ding geworfen. Den kann ich einfach nicht treffen. Ich weiß auch nicht, wie ich den da vorne treffen soll. So langsam, wie die Dinger geworfen werden. Weißt du, wenn der sich einfach duckt? Oh mein Gott. Wenn du drückst und das Fadenkreuz dabei wegziehst, dann ändert sie noch schnell die Wurfrichtung. Das heißt, du musst halt wirklich drücken und dann noch einen kurzen Moment warten, bevor du dann wirklich das wegziehst. Oh, Perspektive geändert. Ne, da habe ich jetzt gerade, habe ich jetzt gerade weggezogen in dem Moment. Kurz bevor sie, bevor das Ding schon anfing zu fliegen. Oder, oder es ist einfach sowas wie gerade, wo ich es irgendwie ein bisschen verzogen habe und dann hat sie sich dazu entschieden. Ne, komm, wir machen einfach komplett verteilt über den ganzen Raum. Why not? Why not? Werf die Flasche einfach mal ganz woanders hin. Einfach in so einer komplett anderen Hemisphäre. Einfach mal diesen mit Pisse gefüllten Flaschen alles bewerfen. Die sterben auch nicht, weil die Flasche wehtut, sondern weil sie einfach vor Ekel sterben. Würde mir wahrscheinlich genauso passieren. Es ist wirklich schlimm, damit zu zielen, ganz ehrlich. Zum Glück ist der Mann hier ein Alkoholiker. Ja, bring einfach die Gatlingern rein, John Cena, ist okay. Ich liebe diese Mega Drive Musik einfach zwischendurch. Oh, Endboss, Leute. Ich weiß gar nicht, worum geht es eigentlich nochmal in der Story. Ich weiß nur, dass wir einen Haufen schwarzer Bodyguards umbringen. Das ist so das eine, was ich weiß. Oh, it's Mr. Shakedown. It's Mr. Shakedown, Spanish Edition. Oh, verdammt. Alter, was war das denn für ein Tekken-Move gerade? Put jetzt mal an. Let's some Tekken-Shit. Oh, jemand, jemand ruf mal, ruf mal schnell Harada an. Oh, fuck, ey. Ich habe auch ein paar Dodo-Dobendan für ihn. Komm schon. Ich liebe halt wirklich, der hatte, der hatte von, ich glaube, das war von einem Jahr oder so, ein paar Monaten, hatte der, ähm, hatte der so ein Dodo-Dobendan, äh, Dodo-Dobendan, Dodo-Dobendan, ich hasse dieses Wort, äh, Dodo-Dobendan-Post gemacht. Wo es so, das letzte Mal, als ich auf der Gamescom war, habe ich danach gesucht, aber keine mehr gefunden. Die besten Bonbons gegen Halsschmerzen auf der Welt. Ich meine, wo der Mann recht hat, ne? Alter. Du musst wirklich schnell sein. Selbst, selbst Shenmue ist nicht so hart, ganz ehrlich. Tuko Salamanca. Ja, aber... Aber zwei Tukos. Das ist eher so, das ist eher so Tuko verschmolzen mit einem, wenn er eine von diesen, von diesen Zwillingen wären. Wahrscheinlich, nachdem er beide Zwillinge gegessen hat. Boah, das ist am, das ist am schlimmsten, wenn du so, wenn du halt kurz einen Moment brauchst, um zu realisieren, was es ist. Dodo-Dodo. Boah, werfen wir bitte keine Fünfer rein jetzt, ne? Oh, Alter. Gute mal, wie wenig Lebens in der Egi, der verliert. Ja, Baby. Oh, Kapall-Tunnel all the way. Nein! Na, wo hast du dir deinen Tennisarm geholt? Oh, natürlich beim VIP-Spielen. Ich find's immer noch so... Ich weiß, ich weiß, an sich ist das kacke, aber ich find's trotzdem lustig, dass ein Kumpel von mir hat sich damals zum Anfang der Pandemie, hat er sich einen Tennisarm geholt, weil er durch die ganze gewonnene Freizeit im Homeoffice zu viel LOL gespielt hat. Weißt du, bei allen Sachen von dir, die du in den Tennisarm holen kannst, war es ausgerechnet LOL. Peinlicher geht's doch nicht. Horang wins, ja. Oder Warang? Ich weiß gar nicht, wie wird der eigentlich ausgesprochen? Warang? Oder wieder so Boomerang, aber einfach nur als Whore? Horang? Ja, an dem Punkt auch einfach selbst schuld. Weißt du, LOL spielen. Warum ist das... Ist das der Gameboy-Font? Das Memory-Card oben, das sieht aus wie der Gameboy-Font, nur ein bisschen schmaler. Nintendo? Alter, wirklich, die größte Jobsicherheit heutzutage. Ist Nintendo-Anwalt zu sein. Dass die einfach wirklich den Typen verklagen wollen. Weißt du, dass die Discord dazu zwingen wollen, die Daten von dem Typen rauszugeben, oder halt der Person rauszugeben, die das Artbook geleakt hat. Stell dir vor, du gehst nachher in den Knast, weil du ein Bild vom Käse geleakt hast. Sometimes they shoot first and ask questions later. But we don't want my cover to get away. We'll trip the alarm after we get out. Wurang. 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 Das ist kein Wort für mich, ja. Der Wicker Man Enjoy hier. Das Ding ist absolut base. Das Original ist super. Das Remake ist halt aus anderen Gründen super. Ich finde aber Wicker Man, das ist schon Advanced Cage. Also ich finde, du musst so Nicolas Cage, du musst du dich so ranarbeiten, finde ich. Du darfst halt, glaube ich, nicht direkt mit Wicker Man einsteigen. Du darfst nicht als erstes irgendwie Wicker Man oder Bad Lieutenant gucken von Nicolas Cage. Das geht nicht. Außer du bist halt vorher schon gestählt. Das ist ansonsten zu viel. Das ist too much Cage. Ich glaube, bei den Dramarollen kannst du dagegen bei allen Sachen irgendwie einsteigen. Aber auch da gibt es halt so, ne? Es gibt halt so die seichte Kost und es gibt halt dann eher so... Oh ja, you wanna see some depressing shit? Obwohl, ich hätte eigentlich nochmal gerne halt wirklich so straight-up-Comedies mit Nicolas Cage. Weißt du, weniger diese... Es ist halt ein verrücktes Konzept, aber der Film... Der Film nimmt sich halt ernst. Nur, dass Nicolas Cage halt dann trotzdem so ein bisschen... Ne, dass durch das Setting vielleicht das Ganze so verrückt sein kann. Wie dieser komische Nicht-Five-Nights-at-Freddys-Film. Weißt du, wo es so... Okay, Nicolas Cage spielt jetzt halt keine Comedy-Rolle. Weißt du, er spielt jetzt keinen... Nicht so irgendwie wie in Arizona oder so. So einen überdrehten Charakter. Aber sowas hätte ich, glaube ich, nochmal gerne. Weißt du, so eine straight-up wirklich ernst gemeinte Comedy. Obwohl, ich habe dieses... Ich weiß nicht, wie das... Das Massive Talent, den habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das als legit Comedy aufgebaut ist. Aber ich meine, auch da scheint er ja nicht irgendwie... Allzu crazy zu sein, oder? Ich meine, ich habe den nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich kenne halt nur die... Ich kenne halt wirklich legit die eine GIF. Warum gab es eigentlich nie das... Ich meine, oder? Ich muss gerade überlegen. Es kann sein, dass es das gleich mal irgendwie gab. Aber ich brauche so ein Nicolas Cage-Jim-Carrie-Crossover. Aber vielleicht ist das auch einfach zu viel crazier auf einmal. So, vielleicht kann einfach Nicolas Cage Shadow the Hedgehog sprechen. Im dritten Sonic-Film. Und dann haben wir so ein halbes Crossover. Oh, Nicolas Cage als Shadow wäre super. Weißt du, oder wir machen einfach so ein CGI Devil May Cry Film. Und das sind die Dante und Virgil. Schwieriges Thema. Wieso schwieriges Thema? Guck mal, was ist denn... Was habe ich denn gerade so Schlimmes gesagt? Ach, verdammt. Das ist wieder diese... Diese... Mit drei verschiedenen Pfeilrichtungen. Oh Gott, eine Fünfer. Aber da habe ich auch die ganzen Beine weggezockt. Oh. Weißt du, das ist... Das ist ja von 2001. Das ist so dieses... Was damals... 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 Metrosexuell. Peak Design. Oh. Einfach nur Dreieck. Oh, the game taking pity on me. Oh. Wo war das? Baby. Das Problem ist, ich kann halt nicht so gut den Chat lesen. Ich muss halt legit aufpassen gerade. Oh, da ist es. Die schlimmste. Das ist der schlimmste. Der schlimmste Move. Mach noch ein paar Backflips, mein Lieber. Oh, fuck. Komm, die zwei Millionen kriegen wir noch. Die zwei Millionen mache ich noch. Alter, wie lang geht das bitte? Wir sind glaube ich immer noch in dieser Flughafen... Oder was ist das? Ein Flughafen oder was ist das? Wir sind auf jeden Fall noch in derselben Stage, wo das eben auch mit dem Priester... mit dem Sniper Wolfgang da zusammen war. Haia. Ich will mich fragen, wo ich nachts um zwei hingehe. Sonic 3 mit Montana Black als Shadow. Oh Gott. Aber dann bitte auch nur, wenn er den Text adlibben darf. Weißt du, man gibt ihm einfach den englischen Text als Vorlage. Und er darf das dann selber übersetzen. So wie er das für richtig hält. Sonst bringt das ja auch nichts. Einfach die rein authentische Version. Weißt du, ich finde, die sollten das einfach mal sein lassen. Und einen kompletten Animationsfilm nur mit YouTubern synchronisieren. Weißt du, so Kartoffelsalat, aber als Animationsfilm. Einfach der nächste Pixar-Film. Nur mit YouTubern. Gronkh spricht alle Rollen. Haia. Das beste Gefühl, wenn ich den richtig kriege. Leute, zwei Millionen Punkte. Ihr könnt mir gar nichts. Weißt du, von mir aus, ihr habt vielleicht irgendwo einen Master-Doktor gemacht oder so. Geheiratet, Kind gekriegt. Weißt du, sonst liegen Errungenschaften im Job oder so. Eigene Firma gegründet, whatever. Aber ich habe zwei Millionen Punkte in VIP für die Playstation 1 geholt. Da bin ich 100% der Einzige hier im Raum. Das kommt auf den Lebenslauf. Der Dude ist einfach Law. Ich liebe einfach das Bild oben links, weil das so aussieht, als ob er bei einem Foto in die Sonne gucken würde. So, mhm. Jim Carrey und Nicolas Cage spielen zusammen in Coppola's Peggy Sue Got Married. Oh, wirklich? Diesmal ist es nicht meine. Ich wusste nicht, ob da irgendwas zusammen drin sind. Ich finde, die hätten einfach das The Room Remake zusammen machen sollen. Weißt du, nicht irgendwie so James fucking Franco. Weißt du, einfach Nicolas Cage als Tommy Wiseau und Jim Carrey als Mark. Das wäre perfekt gewesen. Das wäre der erste Film gewesen, der auf Rotten Tomatoes mit 100er Score sowohl bei den Critics als auch bei den Zuschauern gehabt hätte. Oh, wie ich es einfach alle am Wegballern bin. Weißt du, mein Kollege, der weiß auch einfach, was ich für ein Skill besitze. Deswegen fühlt er sich auch gar nicht. Alter, der hat ja einen dicken Oberarm. Guck dir das mal an. Boah, der ist aber 100% Rechtswichser. Guck dir aber das Verhältnis von den beiden Armen, Mann. Boah, einfach ins Bein geschossen. Boah. Du, du, du. Zum Glück fragt sich niemand davon, wer die Kollegen umgebracht hat zuvor. Die laufen einfach sonst. Ob da vielleicht noch irgendwer anders stehen könnte oder so, der auf unsere ganzen Kollegen schießt. Ich weiß ja nicht. Oh, Leute, ich liebe Silence Go. Was war mit Time Crisis? Shenmue? Und jetzt auch noch Silence Go. Und Resident Evil 4 hatten wir auch schon mit dem Schiebe-Puzzle ein bisschen. Das sind Batman-Spiele mit dem Hacking-Minigame. Das ist schon eine wilde Genre-Max-Tour. Das P in Pamela steht für Perfektion. Oh, in den Fuß geschossen. Da, wo es am meisten weh tut. Weißt du, wenn ein Legostein am Fuß schon so schmerzhaft ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein Schuss da rein auch töten kann. Das ist ein perfektes Gesamtpaket. Die spawnen einfach nur immer wieder, ja. Oh, ich bin froh, dass... Das hatten wir schon lange nicht mehr. Bin ich froh, dass wir das nochmal machen können. Ach, scheiße. Obwohl, etwas... Alter, es ist ein Sechser gewesen. Oh mein Gott, Alter, wie schnell musst du das denn bitte machen? Oh, Gott sei Dank. Game-taking pity on me. Das Gute ist, dass du hier zumindest mit diesen Energie... Mit diesen Edelsteinen, mit den Chaos Emeralds wieder so ein bisschen Energie zurückbekommen kannst. Dann ist es nicht ganz so schlimm wie die Schusssequenzen. Ich meine, da kann das auch passieren, aber halt in diesem einen Bosskampf war das halt nicht der Fall. Wahrscheinlich sind deswegen die Bosskämpfer auch am schwersten. Oh Gott. Oh, yeah, baby. So geht das. Befriedigung. Erneut. Shifu kann einpacken. Das brauche ich nie wieder spielen, wenn ich das hier haben kann. Guck dir jetzt mal an, wie flüssig die Bewegungen sind. Einfach der Tiefgang, den sie spielt. Ich kann mich einfach deswegen viel mehr auf die wichtigeren Dinge des Spiels konzentrieren währenddessen. Also mein Kopf ist frei, um über die wichtigen Dinge des Lebens nachzudenken. Okay. Nein! Oh, von wo muss ich wieder anfangen? Anfang der Stage. Ich muss nochmal zurück zur vorigen Sequenz. Okay, Gott sei Dank. Oh, Dino Crisis sieht aber komisch aus. Okay, jetzt kommen wahrscheinlich die Sechser gleich wieder. Alter, Nasejucken, keine gute Idee bei dem Spiel. Nee, erstmal ein Fünfer. Ich finde, wir können einfach bei denen bleiben, Leute. Weißt du? Also wir brauchen keine Sechser. Das ist schon okay. Das ist wie in der Schulzeit. Wir brauchen keine Sechser. Bleib liegen. Irgendwann, wenn du weißt, was gut für dich ist, bleibst du einfach jetzt liegen. Na, man gibt mir da einen geilen Power-Up. Oh, 18er-Kombo. Das ist ein adaptiver Schwierigkeitsgrad, weil bisher keine Sechser-Kombos aufgetreten sind. Und da eben waren welche an der Stelle. Vielleicht muss ich mich erst wieder hocharbeiten. Auch hier wieder Mikami einfach abgeguckt. Adaptiver Schwierigkeitsgrad. VIP. Oh, 30er-Kombo. Mach das mal bei dem Level, Leute. Oh, ein Infinite-Reflexe. Von wegen 33 Jahre hier. Oh, no damage. Hast du das nicht gerade aktiviert? Wir sind einfach direkt im Auto. Oh, lass uns einfach in den Pub gehen, ein paar Peins trinken und warten, bis das Ganze overgeblown ist. So ein makabre. Die haben auch, die haben auch alle so Blowjob-Lippen. Let's, let's look for her virginity, no. Vorgesetzte. Das ist wirklich so ein typischer vorgesetzter Move. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ja, unkompliziert, das Ganze. Mach einfach. Dann finde einen Weg. Danke, das wird helfen. Press the buttons, basing on the indication from the signal lamps to fill the detonators. Bitte was? Welche, welche, ich drücke jetzt einfach alle Buttons? Ich weiß halt nicht, welche Buttons das sein sollen. Ist das dann? Soll das? Ja, ja, ja. Press the buttons. Welcher Button ist denn das? Welcher Button, du Arnos? From the... Okay, ich glaube, das ist Kreis, aber du musst den... Das ist X und das ist Kreis, aber du musst halt Kreis viel, viel häufiger drücken als die anderen. Oh. Alter, Tennisarm. Oh, gefüllt mit Fanta. I did it. Ja, die Buttons halt. Björn, kennst du die Buttons nicht? Björn, die Buttons. We gotta chuck this bad boy now. If we throw it out the window, someone might get hurt. Just leave it. And miss the firework? Come on, we've got to find Val quick and the doctor ASAP. Einfach... How? You don't think the Don's just gonna box them up at his castle? Actually, yes. Only one way to find out. Oh, Baywatch Run da reingebracht. Wuff, ich dachte, wir hätten das entschärft. Ich dachte, wir hätten das gerade entschärft. Wuff. Wie lang geht denn das noch? Warte mal. Ich will einfach nur mal gerade gucken, wo ich bin. Ich will einfach nur mal gerade gucken, wo ich bin. Warte mal. VIP PS1 Full Game. Nintendo Complete. PlayStation 1 Nintendo Complete. Das geht, danke sehr. Okay, das war hier. Und dann waren wir hier in der... Oh mein Gott, das ist knapp. Oh, nee, 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 Leute. Nee, 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 nee. Das ist, das ist zu, nee, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das geht noch. Das geht allein von hier noch. Selbst wenn ich einfach ohne Fehler durchkommen würde, geht das noch eine Stunde. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, Leute, wir wollen noch, wir wollen noch was gucken. Wir wollen noch ein bisschen was. Und es ist schon, es ist schon halb. Es ist schon halb elf. Ich glaube, das Spiel verändert sich auch nicht mehr wichtig. So, oh, guck mal, es gibt noch eine Garage. Guck mal, schön. Oh, schöne Garage. Oh, guck mal, was für eine Villa. Hervorragend. Gibt's neues Gameplay? Nein, gibt's nicht. Oh, wir kämpfen noch mal gegen John Cena. Hervorragend. Oh, hier schön oben essen, Stadt runtergucken. Super Aussicht. Oh, Helikopter gibt's auch noch. Hervorragend. Ein bisschen mehr Time Crisis. Oh, guck dir mal die schönen Credits an. Uh, du Huren. Warum, warum kann der nicht noch irgendwie Sonn oder so heißen? Du Huren. Du Huren. Oh, du Huren. Oh, hervorragend. Hervorragend. Ich liebe es. Oh, die ganzen Dinger noch freigeschaltet. Okay, alles klar. Wir haben das. Ihr habt das Beste. Leute, wir haben das Beste am Spiel gerade gesehen. Wir haben das Beste am Spiel gerade gesehen. Das machen wir wann anders. Das machen wir. Entweder, entweder morgen oder, entweder morgen oder demnächst irgendwann mal. Oh Gott. Das heißt, es gibt jetzt noch die, noch die zwölf besten Spiele-Remakes laut der Gamester. Ruhe, Ruhe, Sonja. Oh.